Hallo und herzlich Willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hoogendubbel. Ich bin Andrea. Und ich bin Andi. Und in unserer heutigen 15. Folge geht es um Bücher für den Sommer. Wir sitzen hier Ende Juli in einem ziemlich gut beheizten Studio und haben euch ein literarisches Frühstücksbuffet vorbereitet, egal ob ihr gerade im Urlaub seid oder nicht. Genau, weil dieses Jahr werden ja die Ferien für viele Leute sehr unterschiedlich ausschauen. Also dieses klassische In-Urlaub-Fliegen, wie wir es ja jetzt die letzten Jahre meistens hatten, ist so ein bisschen über den Haufen geworfen worden durch die aktuelle Situation. Egal, ob ihr jetzt daheim seid oder einfach ein paar Ausflüge macht oder es vielleicht doch riskiert, mal ans Meer zu fahren. Wir haben, denke ich, für jeden was dabei. Das hoffen wir und dann würde ich sagen, legen wir gleich los mit dem ersten Gang. Als erste Kategorie haben wir uns dieses Mal Urlaub daheim überlegt, weil das werden wahrscheinlich die meisten von uns machen. Und da möchte ich ein Buch vorstellen, das wirklich auch eines meiner schönsten Leseerlebnisse vielleicht überhaupt war. Und ich hatte das, glaube ich, auch mal kurz erwähnt in unserer Welttag des Buches Folge. Das war die Folge Nummer sieben, glaube ich. Und zwar ist das Blasmusik-Pop von Weha Kaiser. Und jetzt kann ich es endlich mal ein bisschen länger vorstellen. Es geht da um ein Bergdorf. Das ist so in den österreichischen Alpen. Das heißt St. Peter am Anger. Dieses Dorf, das ist halt wirklich erst mal total von der Außenwelt abgeschnitten. Die Söhne, die übernehmen dann irgendwann mal die Handwerksbetriebe von den Vätern. Die Töchter werden irgendwann mal zu Müttern. Wenn es irgendwann mal draußen in der Welt zu einem Krieg kommt im Lauf der Jahrhunderte, dann meldet sich quasi das ganze Dorf geschlossen krank. Und dann leben sie halt ihr Leben weiter und brennen ihren Zirben Schnaps und mehr passiert da nicht. Und dann kommen wir halt aber irgendwann mal in die Gegenwart und da tritt dann eben der Held der Geschichte auf, der Johannes. Und dem sein Großvater, der hat tatsächlich das Dorf irgendwann mal verlassen, um Medizin zu studieren, ist dann zurückgekommen und hat sich zu so einem Anliegen gemacht, seinem Enkelsohn so die Liebe zur Wissenschaft beizubringen. Und der Johannes ist dann auch tatsächlich der Erste, der wirklich nicht in der Volksschule im Dorf unterrichtet wird, sondern der aufs Gymnasium ins Tal fahren muss, dass er da dann eben sein Abitur machen kann. Und da schließt er sich auf so einem Griechisch-Lernclub an, die dann immer die griechischen Klassiker übersetzen. Und eigentlich ist der Johannes der totale Nerd, der halt so in der Stadt eher ein bisschen belächelt werden würde. Aber in diesem Dorf entwickelt er sich dann halt wirklich so zum Helden des Dorfes, weil natürlich so, dass die Neuzeit quasi Einzug gehalten hat. Leute von außerhalb ziehen in dieses Dorf und der Johannes entwickelt sich dann plötzlich so ein bisschen zum Sprachrohr zwischen den alteingesessenen Dörflern und eben den Zugezogenen. Und es ist so extrem sympathisch, so humorvoll geschrieben auch. Man hat halt so ein richtiges Panorama dieses Bergdorfes. Und man könnte jetzt meinen, das ist vielleicht so ein bisschen kleingeistig und arg konservativ, aber ist es eigentlich auf den zweiten Blick überhaupt nicht. Die Leute sind alle so wahnsinnig, zwar sehr eigen, aber immer mit sehr viel Humor. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und in dem Fall war das tatsächlich eben so, dass ich das in einem kleinen Dorf am Rand der Alpen gelesen habe mit Kugelleute im Hintergrund. Und das war halt wirklich so einfach das perfekte Setting, um dieses Buch zu lesen. Also wenn es dieses Jahr mal nicht nach Madeira oder sonst wo hingeht, sondern wenn ihr halt sagt, okay, gut, wir machen jetzt in den Bergen Urlaub oder was, dann bitte auf jeden Fall Blasmusikpop mitnehmen, weil das ist einfach eine perfekte Lektüre dafür. Ja, definitiv. Ja, Kaiser ist ja auch wirklich eine Autorin, die jetzt keine kitschigen Heimatromane schreibt. Nein, gar nicht. Die nimmt diesen Handlungsort in den Bergen wirklich wahnsinnig grandios aus. Und das ist wirklich dieses Thema auch mit dieser Wissenschaft ja auch, mit diesem, wo du sagst, dieser Außenseiter, der da eigentlich so als Intellektueller irgendwie nicht so gut reinpasst. Finde ich auch wirklich ganz grandios gemacht in dem Fall. Mit Österreich hast du jetzt ein bisschen geschummelt in der Kategorie Urlaub daheim. Ich habe versucht, mich ganz diszipliniert dran zu halten und habe einen Roman ausgesucht, der in München spielt. Ich dachte, dass wir auch die österreichischen Hörer ein bisschen bedienen. Da sind wir jetzt bald nicht so streng. Mein Romantipp für den Urlaub daheim ist Joachim Meyerhoffs Ach, dieser Lücke, diese entsetzliche Lücke. Das ist ein Roman, den wir beide sehr gut kennen, denke ich, auch ein Schriftsteller, den wir beide sehr gut kennen. Und für alle, die es noch nicht kennen, Joachim Meyerhoff war Schauspieler am Bergtheater in Wien, mittlerweile aber in Berlin und hat die eine, jetzt im Sommer werden es fünf Wände, eine Tetralogie geschrieben über seine eigene Autobiografie. Und er arbeitet da ganz verschiedene Stationen in seiner Kindheit und Jugend ab. Und in dieser Lücke, dieser entsetzliche Lücke geht es um seine Zeit an der Schauspielschule in München. An der landet er mehr oder weniger zufällig, so Ende der 80er Jahre, macht eigentlich so nach dem Abi seinen Zivildienst. Und wie er eigentlich an diese Schauspielschule kommt, ist auch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall schafft er es, wird dort akzeptiert und fängt dann dort zum Studieren an und zieht dazu zu seinen Großeltern nach Nymphenburg. Nymphenburg ist ja, Münchner Kennensfeld, ja, schon gut bürgerliches Viertel. Er wohnt da auch in so einer Villa mit seinen beiden Großeltern. Die Großmutter ist absolute Diva, ehemalige Schauspielerin, der Großvater emeritierter Philosophie-Professor. Und diese Konstellation aus diesen beiden Großeltern ist für alle, die den Roman kennen, absolut großartig. Ich glaube, wenn ich an einen Roman denken muss, der so derartig liebevoll Großeltern charakterisiert, dann ist das definitiv dieser. Und wie du schon gesagt hast, auch bei W.R. Kaiser ist auch hier bei Joachim Meyerhoff tatsächlich sehr viel Humor im Spiel. Also die Reihe heißt Alle Toten fliegen hoch. Und klar ist da so dieses Bindeglied immer, dass er Verstorbenen gedenkt, die ihm zu einer bestimmten Phase in seinem Leben sehr viel bedeutet haben. Aber diese Mischung aus Melancholie und trotzdem so einer, ja, Tragikomik dann letzten Endes, macht ihn da wirklich zu einem einzigartigen Schriftsteller. Und das Tolle ist wirklich, gerade an dem, wann er kommt da an diese Schauspielschule, er fühlt sich da auch ein bisschen fremd zwischen diesen ganzen anderen Überperformern, die schon ihr Leben lang Schauspieler werden wollten. Aber naja, er ist halt dann da und er nimmt da zum Beispiel Sprechunterricht unter der Dachkammer bei so einer ganz schrulligen Dozentin oder geht auf einmal in den Tierpark, weil er den Auftrag erhält, irgendeine Kombination aus Effi Priest und einem Nilpferd zu spielen. Und ich glaube, so viel darf man verraten. Es kommt eine Szene in dem Roman vor, in der er von einer großen Buchhandlung am Münchner Marienplatz spricht. Oh Gott, die hatte ich schon wieder total verdrängt. Ich glaube, es ist ein Mysterium für hungdome Mitarbeiter, ob das stimmt oder nicht. Aber auf jeden Fall geht es dann zwischendrin auch mal darum, dass er da einen Bildband klaut und, glaube ich, gejagt von einem Kaufhausdetektiv dann durch die ganze Fußgängerzone läuft. Ob man aufs Richtige ist, weiß man nicht. Weiß man auch so nicht wirklich an vielen Stellen, weil es geht natürlich stark um die Erinnerung, aber auch natürlich um die Fiktionalisierung seiner eigenen Erinnerung. Und klar ist das Ganze autobiografisch, ist absolut feinsinnig. Es kommt auch immer wieder dieser Erinnerungsprozess eigentlich ins Spiel. Also wie er versucht, in einem Band von seinem Vater, in einem Band von seinem Bruder und hier eben von seinen Großeltern diese Bedeutung so herauszuarbeiten. Und das macht wirklich ganz großen Spaß. Und ich denke, wir freuen uns auch schon beide sehr auf dem fünften Band, der dieses Jahr im August erscheint. Ja, auf jeden Fall. Unsere zweite Kategorie ist ganz sommertypisch die Kategorie Roadtrip. Also es gibt ja wahnsinnig viele Bücher, die sich so mit dem Thema beschäftigen. Eine Reise beim Roadtrip eben auf der Straße vorzunehmen, was vielleicht dieses Jahr auch viele machen werden im Sommer. Und für mich der beste Roadtrip, der tatsächlich auf Straßen hauptsächlich spielt, ist Wolfgang Herndorff's Chick. Das mag jetzt so ein bisschen abgedroschen klingen, weil Chick definitiv kein Geheimtipp ist. Aber warum ich es unbedingt erwähnenswert finde, ist, dass es hauptsächlich in der Schule gelesen wird. Also viele lesen Chick schon in der achten Klasse und es ist auch vollkommen okay. Viele mögen es, aber genauso viele kommen damit auch jetzt nicht so ganz klar. Und was ich sehr schade finde daran, ist, dass viele nach der Schule dann Herndorff als Schriftsteller so ein bisschen vergessen. Und ich würde unbedingt an alle appellieren, auch wenn sie Chick schon mal gelesen haben, ihnen dann tatsächlich auch nach der Schule den Roman nochmal in die Hand zu nehmen. Habe ich genauso gemacht und ich war wahnsinnig überrascht davon, wie tiefgründig dieser Roman ist. Es gibt wahnsinnig viele Bilder, wahnsinnig viele Hintergedanken, die man, denke ich, in der Schule gar nicht so gut versteht. Und Chick ist ja auch da so irgendwo die ideale Sommerlektüre. Also das Buch beginnt da mit diesen beiden Achtklässlern Chick und Mike eben am Anfang der Sommerferien. Wie die da aufbrechen mit einem geklauten Lader und versuchen, irgendwie durch Brandenburg in die Wallachai zu fahren, aber eigentlich nicht wirklich über Brandenburg hinauskommen. Und ich glaube, was das Thema Roadtrip betrifft, so tolle Landschaftsbeschreibungen von Feldern, von irgendwelchen merkwürdigen Kleinstädten, findet man so, finde ich, in keinem anderen Roman. Und es gibt so bestimmte Bilder und Szenen, die sich da wahnsinnig einprägen. Also da gibt es dieses Bild dieser beigen Rentner. Also da beschreibt zum Beispiel der Erzähler Mike diese Reisebusse, die dann lauter Reisegruppen von Rentnern und Pensionisten irgendwie ausspucken, die alle so in beiger Funktionskleidung gekleidet sind. Und das ist aber überhaupt nicht böswillig oder das ist überhaupt nicht bissig, sondern es hat da wirklich so etwas wahnsinnig toll Beobachtendes, was, finde ich, zu diesen typischen Herndorf-Bildern gehört. Und gerade für die lohnt sich das absolut. In einem anderen Roman, Im Plüschgewittern zum Beispiel, das war Herndorrs Debüt, ganz kurzer Roman, unbedingt empfehlenswert, spielt das erste Kapitel an der Autobahn und eben an einer Raststätte. Und da trennt sich der Protagonist von seiner Freundin. Und die steigt auf einmal in ein Auto und trammt und dann sind da so Beschreibungen dabei, die eigentlich ganz trivial sind. Also er beschreibt da zum Beispiel, dass wenn man nur nach Autobahnen gehen würde, eigentlich Deutschland überall komplett gleich ausschauen würde. Also diese Homogenität. Und ich glaube, immer wenn ich irgendwo an einer Autobahn-Raststätte halte, muss ich an dieses Kapitel denken. Das hat sich einfach so wahnsinnig eingefressen. Und ich glaube, dass man unbedingt nochmal Herndorf lesen sollte, der auch viel, viel mehr als Chick geschrieben hat. Also es gibt da, wie schon gesagt, im Plüschgewittern, es gibt eine Kurzgeschichtensammlung, es gibt Arbeits- und Struktur, das so eine Mischung aus Blog- und Autobiografie ist. Oder wenn man eher Bock auf Krimi oder einen Agentenroman hat, ist man mit Sand zum Beispiel ganz gut bedient. Also ganz große Empfehlung. Die meisten Herndorf-Romane spielen auch, glaube ich, im Sommer. Deswegen passt es gerade gut. Unbedingt Wolfgang Herndorf wieder lesen. Bei Autobahnen, man hat das Gefühl, der einzige Unterschied ist, oder so die große Überraschung, kommt man jetzt an einem McDonald's vorbei oder an einem Nordsee, wenn man sich in den Rast stellt. Ja, tatsächlich. Aber das ist wirklich, ich glaube, es gibt wenige, wenige Bilder, wie eben diese Autobahn-Beschreibungen von Herndorf, die sich bei mir so derartig eingebrannt haben und auch immer wieder im Kopf abspielen, wenn ich eine Autobahn langfahre. Ich muss da mal schauen. Ich werde ja dann demnächst einen kleinen Roadtrip hoffentlich machen. Dann werde ich an Herndorf denken. Genau. Ich habe auch einen Roadtrip-Roman dabei, der auch ein Lieblingsbuch von mir ist. Und zwar ist das Junger Mann von Wolf Haas. Das spielt so in den 70er Jahren. Wolf Haas ist eben der junge Mann, der ist gerade 13 Jahre alt. Und er verliebt sich bis über beide Ohren in Elise. Das ist die Frau vom Fernfahrer Joe. Und sie ist natürlich viel zu alt, weil sie ist, glaube ich, schon 21 oder so. Also für einen 13-Jährigen einfach absolut unerreichbar. Aber eines Tages spricht sie ihn halt tatsächlich an und sagt, sie würde gern nochmal irgendwie in die Abendschule gehen und ob er ihr ein bisschen Englisch beibringen könnte. Und er sagt natürlich ja. Und jetzt jedes Mal, wenn eben dieser Fernfahrer Joe in seinem Sattelschlepper steigt und Richtung Teheran fährt, dann schwingt sich der junge Mann aufs Fahrrad und radelt zu seiner Elise, um ihr Englisch beizubringen. Und ja, er malt sich halt immer aus, was da alles passieren könnte. Natürlich passiert nichts bis zu einem schicksalshaften Tag. Und das ist der, an dem der Fernfahrer Joe dann plötzlich vor dem jungen Mann anhält und sagt, hm, ich habe gehört, du sprichst gut Englisch. Und er natürlich völlig schockiert ist, weil er immer dachte, das wäre quasi so ein Geheimnis zwischen ihm und Elise. Und der Fernfahrer sagt, okay, jetzt komm, mitkommen, ich brauche dich mal. Er lädt also diesen jungen Mann zu sich in den Sattelschlepper und sie düsen damals eben noch durch Jugoslawien Richtung Griechenland runter. Und der Erzähler weiß halt auch überhaupt nicht, was ihm nicht hier eigentlich passiert. Er hat immer so ein bisschen Angst, dass es einfach jetzt ein wahnsinnig eifersüchtiger Ehemann ist, der ihn an der nächsten Raststätte ermorden will und seine Leiche verschwinden lassen will. Und auch als Leser weiß man ganz lange nicht, was da eigentlich wirklich los ist. Und das entwickelt sich dann aber zu so einem total humorvollen, aber auch irgendwie philosophisch wahnsinnig schönen Roadtrip zwischen diesen beiden ziemlich ungleichen Männern. Also wir haben halt diesen Fernfahrer, der so ein bisschen derb ist und auch manchmal so ein bisschen zwielichtig und dann diesen sehr altklugen Gymnasiasten. Und zwischen denen entwickelt sich dann plötzlich eigentlich ja fast wie so eine Freundschaft. und das auf eine wahnsinnig schöne Art und Weise. Und wer jetzt Wolf Haas zum Beispiel nur von diesen Brenner-Romanen kennt, die ja sehr schwarzhumorige österreichische Krimis sind. Aber auch ziemlich cool sind. Ja, aber ich habe ganz viele Kunden, die wissen gar nicht, dass er auch wirklich wahnsinnig tolle, wahnsinnig anspruchsvolle Romane eigentlich schreibt. Und also da ist junger Mann ein absoluter Favorit von mir. Und das ist dann wirklich zum Schluss halt mal so ein ganz warmes Gefühl auch irgendwie im Herz. Also lustig und was fürs Herz. Das klingt doch perfekt. Ja, ich liebe es. Unsere dritte Kategorie ist dann doch für Urlaub in der Ferne, weil einige versuchen es ja dieses Jahr doch und trauen sich. Und da habe ich ein Buch mitgebracht, was jetzt vielleicht gar nicht so die typische Urlaubslektüre auf den ersten Blick ist, weil viele das immer so ein bisschen mit was Leichtem, so Krimi oder Liebesroman in Verbindung bringen. Aber in der Buchhandlung haben wir tatsächlich öfter Leute, die sagen, naja, Krimi oder Liebesromane, die lese ich abends nach der Arbeit, wenn ich durch bin. Und Urlaub ist tatsächlich die Zeit, wo ich mich mal auf was Gehaltvolleres konzentrieren könnte und ein bisschen was Anspruchsvolleres. Und da habe ich ein Buch mitgebracht, das wirklich ein anspruchsvolles Buch ist, das ein moderner Klassiker ist und das sich trotzdem wahnsinnig, wahnsinnig schön lesen lässt. Und das ist von Mercé Rodoreda, Der Garten über dem Meer. Die ist eine katalanische Autorin und hat das Buch schon in den 60er Jahren geschrieben und die ist jetzt so die letzten Jahre in Deutschland eben auch wieder neu entdeckt worden. Und in Der Garten über dem Meer geht es um einen Gärtner, der eben an so einer Villa an den Klippen am Meer lebt, so ein bisschen zum Inventar gehört und er kümmert sich halt im Sommer eben immer um diesen Garten und im Winter schaut er so ein bisschen, dass da im Anwesen halt alles in Ordnung ist. Und die Geschichte beginnt dann damit, dass diese Villa als Hochzeitsgeschenk von einem sehr reichen Industriellen, glaube ich war es, an seinen Sohn und dessen neue Frau geschenkt wird. Und die verbringen daraufhin halt immer ihre Sommer zusammen mit Freunden in dieser Villa. Die Geschichte spielt über sechs Sommer und einen Winter. Und das Spannende ist, man erfährt halt alles, was in diesem Haus vor sich geht, nur aus der Sicht von diesem Gärtner. Und der Gärtner, der, das ist jetzt auch niemand, der besonders neugierig wäre, der aber halt immer wieder über so bestimmte Szenen stolpert und die hat dann einfach erzählt. Und als Leser puzzelt man sich da ein bisschen zusammen, was passiert, weil es ist ja immer eine ziemliche Traube von Menschen, die da in den Sommern in dieser Villa verbringen. Und dann gibt es da immer wieder Intrigen gegeneinander. Es gibt Affären, Freundschaften werden beendet. Alles, was dazu gehört. Alles, was dazu gehört. Und das Spannende ist aber, dass man eben nie so unmittelbar dabei ist, sondern dass man sich das, wie gesagt, immer so ein bisschen zusammenpuzzeln muss. Auch dann, wenn sie im nächsten Sommer wieder kommen und plötzlich ist eine eben nicht mehr dabei und von der wird auch gar nicht mehr geredet. Dann kann man sich schon denken, was da passiert ist oder so. Nach und nach stückelt man sich das zusammen. Und das ist so wahnsinnig schön geschrieben. Und weil viele sich ja auch so an moderne Klassiker gar nicht richtig ranwagen oder auch an Klassiker überhaupt. Und das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll geschrieben. Und ich bereue halt nicht so viele Leseentscheidungen in meinem Leben, aber ich bin echt so traurig, dass ich das nicht am Meer lesen konnte. Weil das war wirklich so ein Buch. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich jetzt in so einer menschenleeren Bucht liege, nur mit diesem Buch und das lese. Und ich habe es dann aber am See gelesen, als mein großer Wakeboard-Unterricht hatte. Also es war jetzt nicht... Hört sich jetzt auch nicht schlimm an. Ja, es ist halt jetzt nicht ganz so romantisch, wie das in dem Buch beschrieben wird. Aber es geht auch am See. Aber wenn es euch ans Meer zieht und wenn ihr sagt, Mensch, jetzt hätte ich tatsächlich mal Zeit, so ein bisschen was Anspruchsvolleres zu lesen, jetzt nicht unbedingt ein Krimi oder eine Liebesgeschichte, dann schaut auf jeden Fall mal in der Garten über dem Meer rein. Für meinen Zip in der Kategorie Urlaub in der Ferne habe ich die Ferne ein bisschen uminterpretiert. Und zwar meine ich hier nicht die räumliche Ferne, sondern die zeitliche Ferne und möchte dafür gerne einen Reiseführer vorstellen. Es geht um das Handbuch für Zeitreisende von Katrin Passik und Alex Scholz. Und das ist gerade vor ein paar Wochen erschienen, ist auch mittlerweile schon Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste und ist trotzdem ein ziemlich unscheinbares Buch, das mir mehr oder weniger zufällig in die Hand gefallen ist. Und ich fand es dann relativ interessant, habe es dann zum Lesen angefangen und habe es wirklich weggesucht. Dieses Buch, das ist so grandios und ich freue mich deshalb wahnsinnig auch, vielleicht dir sogar mal ein Buch zu geben zu können, was ja nicht allzu oft vorkommt. Das Handbuch für Zeitreisende ist tatsächlich strukturiert als Reiseführer. Es geht im Prinzip um die Prämisse, dass nicht nur das Reisen im Raum, sondern einfach das Reisen in der Zeit einfach möglich ist, in einer fiktiven Zukunft. Und das ziehen die beiden Autoren in dem Buch auch gnadenlos durch. Es wird dann am Anfang nochmal eine kurze Geschichte der Zeitreise vorgestellt, wo dann ganz wissenschaftlich erklärt wird, warum das geht und warum das alles plausibel ist. Und dann macht man eben gemeinsam mit diesem Buch einen Trip durch 3000 Jahre Weltgeschichte vom Ursprung des Universums bis zu den Dinosauriern übers Mittelalter in die DDR. Also da ist wirklich alles mit dabei. Und die Struktur, die sich da die Autoren überlegt haben, fand ich besonders cool. Der erste Abschnitt, das sind so Tipps zu verschiedenen historischen Ereignissen. Da wird dann dieses Ereignis beschrieben, warum man sich das gerade anschauen soll. Zum Beispiel jetzt die Pariser Weltausstellung um 1900 oder ein Wochenendtrip in Neapel um 1750 wird da vorgeschlagen. Hat man auch noch ganz praktisch noch dabei, wie viel Eintritt das so kostet. Und dann auch ganz praktische Hinweise, wo man da hingehen sollte, wie man da am besten gekleidet sein sollte, was man da beachten sollte. Und auch gleichzeitig natürlich sehr kluge Beobachtungen über dieses jeweilige historische Ereignis. Also man nimmt da auch beiläufig mit dieser Zeitreiseidee wirklich viel mit. Also das ist ganz was anderes als zum Beispiel die kurze Geschichte der Menschheit von Harari. Das ist hier wirklich eine Mischung aus informativ und humorvoll. Und diese Zeitreiseidee fand ich so toll. Und auch gerade, dass die dann auch mit einer Begeisterung, die da richtig überschwappt beim Lesen, auch diese ganzen Tipps geben. Also du kriegst auch gesagt, was sollst du mitnehmen? Wie sollst du dich anziehen? Wo sollst du dir eine Unterkunft suchen? Wie solltest du dich benehmen, dass du nicht allzu sehr auffällst, wenn du an ein bestimmtes historisches Ereignis reist? Oder zum Beispiel, dass du das Kolumbus-Problem beachten solltest. Was ist das Kolumbus-Problem? Das Kolumbus-Problem ist eigentlich ganz praktisch. Es ist der Gedanke oder das Problem, dass wenn du in eine bestimmte historische Epoche an einem bestimmten Ort auf der Welt reist, dass du beachten solltest, dass du eventuell Krankheiten mitschleppen könntest. Oh, okay. Vor dem die Einheimischen, also in der Zeit und an dem Ort Einheimischen, eventuell nicht geschützt sind. Und das ist natürlich, ja gut, Kolumbus, da gab es das entsprechende Problem. Und daher kommt es. Es wird auch mit Mythen über das Zeitreisen aufgeräumt. Also die wollen das wirklich hier komplett aufgeklärt haben, was es damit aus sich hat. Also dass man zum Beispiel über Transitzonen reist, dass man mit jeder Zeitreise auch gleichzeitig eine neue Zeitstrang und eigentlich auch eine Parallelwelt eröffnet, weil man entwirfte dann, ich habe es auch vielleicht nicht so ganz verstanden, aber man kann es ja immer wieder lesen, man entwirfte dann immer auch ein neues Paralleluniversum, in dem man dann ja auf einmal an einer bestimmten Zeit war, wo man vorher noch nicht war. Also Zeitreisen sind deswegen nicht unkomplizierter. Aber dieses Buch gibt einem da schon mal wirklich ziemlich gute Hinweise. Und gerade für Leute, die jetzt zum Beispiel relativ ratlos die dritte Staffel von Dark beendet haben, kriegen hier so den ultimativen Guide an die Hand. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Wahnsinnig witzig, wahnsinnig begeisternd, das Handbuch für Zeitreisende. Zu welchem historischen Ereignis würdest du eigentlich gerne reisen? Ich habe dann auch überlegt tatsächlich und ich bin, glaube ich, gerade so ein bisschen für die Zeit um 1800 begeistert. Also mich würde jetzt vielleicht so eine Reise nach Weimar in die Goethe-Zeit zum Beispiel interessieren. Ich glaube, das wäre wirklich ganz cool. Aber eigentlich auch sowas wie die Pariser Weltausstellung. Das hat mir wirklich getaugt. Dann auch gerade auch wirklich dieses wahnsinnige Detailreichtum, was die Autoren sich da vornehmen. Also die denken das wirklich konsequent durch, auf was du aufpassen solltest. Oder diese Fakten. Es sind übrigens diese Ein- und Ausstiegsstellen, diese Zeitreisebahnhöfe, an die du einsteigst und rauskommst, sind auch für die Einheimischen nicht sichtbar. Gleis 9,3 Viertel. Ja, genau. Es bleibt unsichtbar. Also das ist das große Nachschlagewerk für Zeitreisen, der Lonely Planet History, nur zu empfehlen. Ich klau es dir dann mal. Unbedingt. Unsere vierte Kategorie ist Page-Turner, weil wenn man dann doch in Urlaub fährt, es gibt so viel zu sehen. Und dass man dann ein Buch noch mal ein bisschen länger in die Hand nimmt, da muss es auch wirklich spannend sein. Und das Buch, das ich mitgebracht habe, das ist wahrscheinlich eher so ein Geheimtipp. Also ich glaube, das haben jetzt nicht viele auf den Schirm, auch weil das deutsche Cover echt schlimm ausschaut. Das ist Solange wir lügen von E. Lockhart. Das ist eigentlich ein Jugendbuch. Ist so extrem gut und spannend und passt halt perfekt in den Sommer. Und das deutsche Cover ist wirklich wie so ein Teenie-Schnulzen-Roman. Also bitte nicht davon abschrecken lassen. Und das Buch hat so ein wahnsinnig ungewöhnliches Setting. Es geht um die 17-jährige Cadence und der Großvater ist halt wirklich stinkend reich. Also es ist jetzt nicht so, dass die Familie viel davon hätte, aber der Großvater hat irgendwann mal beschlossen, dass es doch schön wäre, wenn die ganze Familie, also er hat drei Töchter und die haben eben auch alle Kinder, dass die halt im Sommer zusammen Urlaub machen und dann hat er eine Insel gekauft, was reiche Leute halt so machen. Und jetzt hat diese Familie da eben so eine Insel vor der Küste von Massachusetts spielt das. Es gibt ein großes Haus, wo eben die Großeltern drin wohnen und es gibt noch drei kleinere Häuser auf dieser Insel, wo dann eben die Töchter von dem Großvater mit ihren Familien drin wohnen. Und Cadence verbringt dann eben diese Sommer mit, hauptsächlich mit ihrer gleichaltrigen Cousine, dem Cousin und dem seinem besten Freund, der auch immer mit in diesen Urlaub auf diese Insel darf. Und die vier sind wirklich unzertrennlich. Die haben sonst unterm Jahr nicht viel miteinander zu tun. Die leben auch eben in sehr unterschiedlichen Ecken der USA, aber diese Sommer verbringen sie eben immer miteinander. Sie schreiben sich dann halt die Winter über und freuen sich schon immer aufs nächste Jahr. Aber eben im letzten Sommer ist halt irgendwas passiert und man weiß nicht was. Weil Cadence auch ihr Gedächtnis verloren hat. Man weiß nur, dass sie nackt und verwundet am Ufer gefunden wurde. Sie hat dann versucht rauszufinden, was passiert ist. Sie wollte eben mit ihren Cousinen und ihrem Cousin sprechen. Und da hat aber dann keiner geantwortet, auch auf ihre Briefe nicht. Ihre Mutter möchte dann auch gar nicht, dass sie im nächsten Jahr eben mit auf diese Insel kommt. Sie fährt trotzdem, stellt aber fest, dass halt eben ihre Freunde von damals gar nicht mit dabei sind und versucht immer rauszufinden, was jetzt eigentlich passiert ist. Und das Spannende ist eben, dass man als Leser auch wirklich lange im Unklaren ist, was passiert ist. Man hat so seine Vermutungen. Man geht in verschiedene Richtungen. Es werden auch vielleicht auch immer so ein bisschen falsche Fährten gestreut. Und es ist wirklich einfach so extrem spannend. Und halt dieses Setting ist natürlich der Wahnsinn. Weil wenn man sich vorstellt, man hat halt so eine abgeschlossene Insel für sich allein, in der man immer die Sommer verbringt, das ist schon ziemlich cool. Also es ist wirklich eine große Empfehlung. Eben bitte nicht von dem kitschigen Cover abschrecken lassen. Hört sich auch wirklich spannend an. Ja. Ja, mein Page-Turner-Tipp ist ein Page-Turner, den wir glaube ich auch beide sehr teilen als Tipp. Also generell Joel Dicker haben wir schon öfters erwähnt in diesem Podcast. Ein Titel, der letztes Jahr erschienen ist, war das Verschwinden der Stephanie Mailer. Der erscheint jetzt Ende August als Taschenbuch und den können wir damit schon mal ganz gut anteasern. Ich bin normalerweise nicht so der große Krimi-Leser. Also ich bin da tatsächlich sehr, sehr wählerisch. Und Joel Dicker ist ja da immer so ein bisschen am Mittelweg zwischen Krimi und Roman. Wahrscheinlich ist dieses Buch sogar noch am ehesten ein Krimi von den dreien, die er geschrieben hat. Es beginnt nämlich mit so einem klassischen Cold-Case-Szenario. Also da ist dann ein Cop am Anfang, der feiert gerade seine Pensionierung und wird auch allgemein gefeiert als einer, der einfach jeden Fall aufgeklärt hat, der sich ihm je in seiner Karriere gestellt hat. Und der wird eben auf dieser Feier von der Journalistin Stephanie Mailer angesprochen. Naja, das ist anscheinend der erste Fall. Das war der Mord an der Bürgermeisterfamilie. Nicht richtig aufgeklärt wurde. Also seitdem er nicht richtig auf den Grund gegangen ist. Und was natürlich für ihn erstmal so eine Kränkung war, weil dieser Fall war im Prinzip der Ausgangspunkt dann für seine ganze weitere Karriere. Und so reist er dann eben in diese merkwürdig idyllische Heimstadt, Kleinstadt, die gar nicht so idyllisch ist, in den Hemdens. In die reist er dann und beginnt dann diesen Fall nochmal zu ermitteln. Fragt dann nochmal nach alten Zeitungsberichten. Und ganz kurz darauf verschwindet dann zufällig diese Journalistin. Und dann beschließt er eben, naja, nee, dem Fall, diesem Szenario hier muss er jetzt nochmal auf den Grund gehen. Geht dann doch noch nicht in Pension. Er richtet sich dann so ein kleines Team ein und geht der Sache auf den Grund. Und wie es so für Joel Dicker typisch ist, führt einen dieser Roman, der hier wirklich ja recht krimitypisch beginnt, immer wieder auf die falsche Fährte. Da hat jeder was zu verbergen. Das ist auch ähnlich wie Miracle Creek zum Beispiel, das wir ja auch schon besprochen haben. Aber jetzt nicht mit dem Fokus auf den Prozess, sondern eigentlich quasi auf diese ganz klassische Ermittlungsarbeit. Und das ist eine Welt, die man einfach wahnsinnig schnell wegliest. Also es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht zu lesen. Ich finde, da ist Joel Dicker einfach wirklich ganz vorne mit dabei, was Page Turner betrifft. Es gibt wenig, die so die Balance halten zwischen wirklich spannender Unterhaltung, aber trotzdem fühlt man sich dabei nicht unterfordert. Also absolut große Empfehlung für alle, die es noch nicht haben. Ende August kommt das Taschenbuch raus, passt in jeden Rucksack. Unsere letzte Kategorie für diese Folge ist der Espresso für zwischendurch. Und der Gedanke dahinter war so ein bisschen, dass egal, ob man jetzt einen Espresso daheim in der Arbeit oder doch irgendwo in Verona trinkt, manche haben halt einfach doch nicht so viel Zeit gerade. Oder es hat auch nicht jeder Urlaub im Sommer. Und nur weil wir hier behaupten, man hätte im Sommer mehr Zeit zu lesen, muss das ja nicht zwangsläufig stimmen. Für alle, die dann doch nur nach Feierabend Zeit haben oder mal zwischendurch nur ein paar Minuten Zeit haben, sind vielleicht Kurzgeschichten eine ganz gute Idee, die jetzt hier als Espresso für zwischendurch gelten. Und mein Tipp wäre da die Wahrheit über das Lügen von Benedikt Wels. Das ist auch gerade im Taschenbuch erschienen, ist ursprünglich 2018 rausgekommen. Und wie ich finde, eine wirklich schöne, sehr vielfältige Sammlung von Kurzgeschichten. Und ich bin auf das Buch aufmerksam geworden. Das ist ja 2018 erschienen und Benedikt Wels war damals so auf Promotour. Und eine der ersten Veranstaltungen war eine Lesung in der Mufferthalle. Und ich bin dann mit einem Freund zu dieser Lesung gegangen und habe mir da nicht viel dabei gedacht. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Mufferthalle ist eine relativ große Konzerthalle in München und die war einfach voll. Also du stehst da in einer Schlange erst mal an vor dieser Halle bei einer Lesung. Und das in der Konzerthalle. Und ich glaube, dass man sich so vorstellen kann, dass heute noch, also auch mit hauptsächlich jungen Leuten natürlich, aber dass heute noch ein Autor mit einer Kurzgeschichtensammlung eine Konzerthalle vollbringt, das würde man so auch nicht mehr für unbedingt möglich halten. Aber Benedikt Wels hat es geschafft. Und wie ich finde, mit einem sehr, sehr lesenswerten Buch. Es ist keine durchkomponierte Sammlung. Es sind zehn Geschichten, die so im Laufe seiner Karriere als Schriftsteller von seinem Debüt, Becks letzte Sommer, an dieser Stelle auch nochmal sehr zu empfehlen, bis eben zu seinem letzten Roman vom Ende der Einsamkeit. Eine Geschichte spielt sogar in diesem Kosmos vom Ende der Einsamkeit entstanden sind. Also man begleitet da auch so ein bisschen das schriftstellerische Schaffen. Also man sieht da auch stark, wie sich zum Beispiel der Stil verändert hat. Ich glaube, es steht auch bei den einzelnen Titeln immer die Jahreszahl mit dabei. Und so sieht man, wie sich so ein Schriftsteller einfach ausprobiert. Es sind eine wahnsinnig ausgefallene Geschichten dabei, wo irgendwie zwei Typen, die sind in irgendeinem Keller eingesperrt und müssen sich mit Ping-Pong spielen. Irgendwie daraus befreien. Eine andere Geschichte, ich glaube, es sind immer Lieblingsgeschichten, die spielt im Schullandheim. Das war auch die, die noch so am ehesten, glaube ich, so an diesen vom Ende der Einsamkeitston auch hinkommt. Wieder eine andere, das ist die Titelgeschichte. Da geht es zum Beispiel um George Lucas, den Erfinder von Star Wars. Na, eigentlich nicht. Das ist ja das Spannende, dass es auch wieder eine Zeitreisegeschichte ist. Und es geht um eine Figur, die aus Versehen quasi in der Zeit reist und die nichts kann eigentlich im Leben außer diese Filme von George Lucas und Steven Spielberg quasi rauf und runter beten. Und der dann einfach mal das Ganze klaut, bevor es George Lucas und Steven Spielberg umsetzen können. Also ich fand die großartig. Ja, ich glaube, da hat sich Benedikt Reis, der selber auch großer Filmfan ist und Musikfan zu dem Buch kurz auch eine Playlist, auch ein bisschen selbstverwirklicht in der Geschichte. Also es kommt sehr authentisch rüber, diese leicht nerdige Begeisterung. Ich fand das Buch halt wahnsinnig schön. Ich bin ja sonst nicht so der Kurzgeschichten-Fan, aber die haben mich wirklich begeistert. Also es sind zehn Geschichten, haben sehr unterschiedliche Länge, haben sehr unterschiedliche Themen auch, aber ich war immer sofort drin. Und was ich wirklich außergewöhnlich fand ist, Benedikt Wells ist ja noch ein relativ junger Autor eben, aber der schreibt dann da in diesen Geschichten teilweise, man hat einen Vater, der irgendwie auf einem Roadtrip mit seinem Sohn ist, die sich irgendwie nicht mehr so richtig was zu erzählen haben. Und man hat eine uralte Oma von irgendwie so 90 Jahren oder sowas und er denkt sich aber wirklich so in diese Protagonisten rein, dass man ihm das absolut abkauft. Und das finde ich wirklich beachtend. Es spielt ja auch wirklich so alle Partituren aus. Also man hat wirklich da diese Großmutter-Geschichte, die zum Beispiel relativ traurig ist, genauso wie diese leicht skurrilen Geschichten mit drin. Also das ist so eine Kurzgeschichtensammlung, wo man auch sehr oft den Ton wechselt und auch die Gefühlslage beim Lesen wirklich durchspielt. Und das macht wahnsinnig Spaß. Ja, ich habe mir dann noch was überlegt, so für zwischendurch. Und zwar, spätestens seit der Rätselfolge wissen ja alle, dass ich Kinder habe. Und ich finde das immer wahnsinnig schwierig. Also wer auch Kinder zu betreuen hat, der weiß, wenn man am See ist oder am Pool, man kommt nicht wirklich zum Lesen, weil man immer so ein Auge auf die Kinder haben sollte. Und ich bin dann irgendwann mal dazu übergegangen, dass ich in meine Badetasche immer eine Graphic Novel einpacke. Und da wollte ich eben heute auch noch eine empfehlen, die auch ein absoluter Sommerfavorit von mir ist. Das ist Ein Sommer am See von Jillian und Marie Cota Marquis. Das ist jetzt auch ganz frisch bei Reprodukt auf Deutsch als Taschenbuch erschienen. Das gab es jetzt nur lange in so einem dicken Band. Und jetzt eben auch handlich für die Badetasche. Und das ist die Geschichte von der 13-jährigen Rose. Ihre Eltern haben so ein kleines Haus an einem See und da verbringen sie dann auch immer die Sommer. Und Rose ist halt gerade in so einem schwierigen Alter. Sie ist wie gesagt 13, halt kein Kind mehr, aber auch einfach noch nicht wirklich eine Jugendliche. Also sie hat auch keinerlei Anschluss zu den anderen Jugendlichen da im Dorf, die halt schon so 17, 18 sind. Ihre Freundin Windy, die ist im Nachbarhaus, die ist elf, die ist ihr dann manchmal ein bisschen zu kindisch. Und ihre Mutter ist wahnsinnig depressiv gerade. Sie versucht ein Kind zu bekommen, es hat nicht geklappt. Und Rose kriegt das mit und ist eigentlich schon richtig sauer auf die Mutter. Und es braut sich dann so ein richtiges Gefühlschaos dazwischen allen Beteiligten auf, dass es aber wahnsinnig spannend auch wirklich gelöst ist. Und ich höre von so vielen Leuten, auch von so vielen begeisterten Lesern immer wieder, dass ihnen Graphic Novels nicht so zusagen, weil ihnen da das Kopfkino fehlt. Und da möchte ich nochmal wirklich eine Lanze einfach für dieses Medium brechen, weil klar sieht man dann, wie die Figuren aussehen oder wie sich das dann die Illustratorinnen in dem Fall ausgedacht haben. Aber ich finde es immer so spannend, weil die ganze Gefühlswelt, die wird ja da nicht ausführlich beschrieben, wie man es halt in einem Roman hat, sondern das ist dann oft nur eine Geste oder nur ein Gesichtsausdruck. Und man hat halt dann dieses ganze Kopfkino, in dem man halt einfach diese Gefühle und die Beziehungen der Leute zueinander sich immer überlegen muss, wie das ist. Und das finde ich wahnsinnig schön und wahnsinnig lohnend. Vom Illustrationsstil ist der Sommer am See recht einfach gehalten, aber trotzdem schaffen die das, ein wahnsinnig atmosphärisches Bild zu schaffen. Also es sieht fast aus wie so ein Storyboard von einem Film. Und während man das liest, hat man tatsächlich das Gefühl irgendwie wie so Szenenmusik oder die Geräusche zu hören. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und das ist halt einfach super, wenn man jetzt im Pool sitzt oder was und immer ein Auge auf die Kinder haben muss, weil einfach ein paar Panels lesen, aufschauen, leben alle noch okay und dann weiter, bevor man sich jetzt so in einen Roman oder was versenkt. Also das finde ich immer eine ganz schöne Möglichkeit. Hört sich auch wirklich gut an. Und mich hast du mit deiner Begeisterung für Graphic Novels auf jeden Fall auch angesteckt. Endlich. Ich hoffe, wir haben das Versprechen mit unserem literarischen Frühstücksbuffet hier auch tatsächlich eingelöst, denn es war dafür alle Geschmäcker was dabei. Auf Instagram haben wir euch dieses Mal dann gefragt, in welcher Bücherwelt ihr gerne Urlaub machen möchtet oder mit welcher Romanfigur ihr gerne auf einen Roadtrip gehen würdet. Und hier sind eure Antworten. Und die erste Nachricht kommt von Max Oswald. Also, Leute, blöde Frage. Natürlich mit einem Känguru. Also echt, ey. Känguru ist auf jeden Fall ein guter Kandidat, wobei ich gar nicht voraussehen könnte, wie der mal so einen Abend in der Kneipe enden würde. Ich bin mir relativ sicher, wie ich uns kenne und das Känguru, dass wir irgendwie am nächsten Morgen mit einem riesen Kater auf so einem aufblasbaren Flamingo in der Mitte vom Gardasee wach werden würden. Klingt doch ein plausibler Szenario. Die zweite Nachricht hat uns Melanie geschickt. Ich wäre gern mit der Elbe in Galadriel unterwegs, würde super gern in die Welt von Herr der Ringe eintauchen, mit Bilbo eine Tasse Tee trinken, mit Gandalf ein paar Raketen steigen lassen und mit Frodo auf Entdeckungsreise gehen. Boah, ich fände es, glaube ich, im Auenland voll schön. Aber ich hätte, mir wäre die Welt von Herr der Ringe ein bisschen zu kriegslastig für den Urlaub. Ich wäre auch ein viel zu großer Angsthase. Also ich glaube, so Fantasy-Romane und Science-Fiction fallen da bei mir auf jeden Fall schon mal raus. Und dann haben wir noch eine Nachricht von Simon bekommen. Hallo. Wenn ich eine literarische Reise unternehmen würde, dann würde ich am liebsten mit Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, auf der Emma-Lokomotive nach China reisen. In welcher Kinderbuchwelt würdest du eigentlich? Hast du als Kind dir manchmal gedacht, oh, ich würde gerne in der Welt leben oder da Urlaub machen? Ja, und das war das Venedig in der Welt von Herr der Diebe tatsächlich. Also mich hat dieses leicht mystische Venedig, wie es da gezeichnet wird, wahnsinnig fasziniert als Kind. Und da würde ich auf jeden Fall gerne eintauchen. Ich habe das tatsächlich immer noch auf meiner Bucketlist. Meine Mutter hat mir, ich glaube, als ich in der ersten Klasse war, die Rote Zora vorgelesen. Und das ist ja so eine Waisenkinderbande, die in so einer Burgruine lebt. Das ist eine Uskokenburg in Kroatien. Und da möchte ich immer noch mal hin. Die gibt es tatsächlich. Klingt auch gut. Ja. Vielen Dank an Max, Melanie und Simon für eure Beiträge. Wir fragen euch ja regelmäßig nach Sprachnachrichten und freuen uns da sehr, wenn ihr uns was schickt. Und wir schauen auch, dass ihr auf jeden Fall dann in einer unserer Folgen dabei seid. Alle Buchempfehlungen aus der Folge findet ihr nochmal in den Shownotes und auf hugendubbel.de. Und falls ihr es noch nicht kennt, von Hugendubbel gibt es jetzt auch eine neue App für Apple und Android. Die könnt ihr euch kostenlos runterladen und da all eure Lieblingsbücher in Wunschlisten packen, nachschauen, ob die im Laden verfügbar sind und sie euch nach Hause bestellen. Wenn ihr bibliophil seid und noch ein Tinder-Match fürs neuesten Buch sucht, dann ladet euch die Hugendubbel-App runter. Andi, ich kann das nicht, wenn du mich so anschaut. Boah, ich habe dich, glaube ich, noch nie so angewidert gesehen. Nein, das ist noch nicht angewidert. Du bist ganz irgendwie falsch an. Auf Instagram findet ihr uns unter seitanseite.podcast. Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts, auf Spotify oder überall da, wo ihr sonst solche Podcasts hört. Und lasst uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.